Hallihallöchen und Oh, diese Bogen schützen Können einem wirklich auf den Sack gehen Oh, I have a message on my Handy Momentos Okay Weiter geht's Oh, nee Die sehen so krass aus Lauf, 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 lauf Oh Hat man das gesehen? Nee Aber okay, in Zukunft nicht über so Teile Sachen Wow Du Scheiße Krank Was echt für eine Verteidigung Oh, lass mich rein Oh Oh Ich hab gedacht, das sind ganz viele Relikte Das sind ja nur drei Stück Toll Hey Hey Schade, dass die auch nicht getroffen werden Von den Explosionen Zack Biatch Lalalalalalalalalala Okay Aye What the fuck Schnee Hätte ich kommen sehen müssen Tun So Alter Die mit diesem Scheiß Bomberang So Kurz geklärt Wir sind ja die Leute Steine auch mal benutzen Na also Vorsicht Da ist noch ein Tor Und ganz ohne Panzerwachen Ja Aber da sind ganz schön viele Kobolde Und die sehen tough aus Also Ich dachte mir Die zerbrochenen Eis zöpfen da Ob du dich statt mit Relikten auch damit aufmotzen kannst Die Größe stimmt in etwa Der Doktor sagt, dass das nicht möglich ist Die Arkanenenergie in deiner Brustkugel interagieren nur mit dem äußerst dichten Material der Relikte Das sagt der Doktor Tja, ich sage, versuch's mal Was soll schon passieren? Siehst du? Nichts passiert Der bewegt sich Echt jetzt? Okay Cool Oh Ich krieg Gänsehaut Ich such noch mehr Nice Aber Da war ein Übersetzungsfehler Aus Tough with a Thought Und viel Glück Moment, ich will mir mal sowieso aufschreiben Moment Ach, das Eis sehe ich gerade Ist da oben irgendwie so eine Art Schutz Cool Oh, das Eis ist aber sofort weg Das Eis geht aber super schnell weg Und das war knapp In der Luft fertig gemacht Oh, das ist das Ja. ich weiß gar nicht so groß war glaube ich noch nie cool wie so ein Yeti kommen wir daher gegammelt oh nein sah schon so cool aus da ist ja Eis das habe ich gar nicht gesehen jawohl also mit diesem Eis kann ich mich nicht anfreunden oder diesen Rutschstein die mag ich nicht dass diese Statik von dem Vieh einfach so aushält dass diese Statik von dem Vieh einfach so aushält da hat er mich echt getroffen mit nem Herd schade um an jetzt ist es ganz Eis weg Schnauze. So. Hey. Das war mein Eis. Zack. Sieht cool aus. Glück gehabt. Lauf, 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 lauf. Granatwerfer. Okay, die sind ein bisschen größer. Okay, also bei denen ausweichen. Oh, jetzt ist wieder alles weg. Halt, hier ist ja noch Eis. Hoi. Hi. Oh, schau mal. Ha, 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 special. Was haben wir denn hier gefunden? Yeay. Oh, zwei Sterne, man. Eine etwas größere Seltenheit. Finde ich geil, dass die Aufzeichnung startet und nicht startet, obwohl ich es die ganze Zeit schon aufzeichne. Also, sorry, Sony. Die werden echt immer schwerer. Nun gut, aber ich glaube, ich mache dann mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Ja.